Sehr schön. Sieht aus, als hättest du überlebt. Ich heiße Kathy O'Neill. Ein Auftrag ist es nicht von diesem Schiff. Suche als erstes nach einer Tür oder etwas ähnlichem. Oh oh, das Schiff weiß, dass du wach bist. Bist du bereit, dich herauszukämpfen? Vorsicht! Die Aktivität auf dem Netzwerk des Schiffs zeigt, dass sie sich hinter dieser Tür versammeln. Die Aktivität auf dem Netzwerk des Schiff. Sammeln Verstärkung. Ich würde meine Patrouille in Richtung gefordert in Bucht fortsetzen. Ein Wunsch! Sprecher! Sprecher! Ja, das ist ein 15. Sprecher! Sprecher! Dieses Ding war ein Aufseher. Die haben was drauf. Holen wir dich erstmal aus diesen Gängen. Transportröhren verlaufen kreuz und quer durch das gesamte Schiff. Suche eine direkt über dir. Über sie kommst du da raus. Spannende Musik Alle Einheiten. Das Objekt befindet sich nicht länger in den Hauptkorridoren. Durchsuch das Schiff. Spannende Musik Patrouille gehen in diesem Bereich vor Schiff. Er sucht nach dir. Noch sind wir nicht draußen. Mach dich bereit. Mehr Sicherheitskräfte sind auf dem Weg zu dir. Spannende Musik Abonniert uns auf dem Weg zu dir. Abonniert uns auf dem Weg zu dir. Bis zum Glück. Bewegung in den Korridoren geortet. Halt den Menschen auf! Vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk. Geh hin und benutze die Transportröhre. Geh hin! Geh hin! Geh hin! Geh hin! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mach dich bereit. Mehr Sicherheitskräfte sind auf dem Weg zu dir. Halt den Menschen auf! Das war's für heute. Wow, meine Messungen zeigen eine komplette Invasionsarmee an. Wir müssen das Schiff zerstören. Achtung, menschliche Aktivität in der Nähe entdeckt. Wir müssen das Schiff zerstören. Wir müssen das Schiff zerstören. Wir müssen das Schiff zerstören.